Heute ist Valentinstag. Heute sollte man Nettes sagen, aber nicht über die Ampel. Ich garantiere euch hier, wir sind die garantiert Ampel- und Wognesfreie Zone in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde. Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Achtung, Achtung, hier ist Bayern. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde. Die Ampel ist eine Regierung ohne Vertrauen. Die Ampel ist die unbeliebteste Bundesregierung aller Zeiten. Sie liegt in der Sympathiekurve irgendwo zwischen Strafzettel, Steuererklärung und Zahnwurzelbehandlung, liebe Freundinnen und Freunde. Das Gegenmodell, das sind wir in Bayern. Die CSU steht fest und stabil. Wir haben die Landtagswahl, trotz vieler Attacken, trotz mancher Flugblätter, gut überstanden. Wir sind die stabilste bürgerliche Regierung in Deutschland. Und was das Wichtigste ist, wir sind eine Regierung, in der keine Grünen in der Regierung sitzen, liebe Freundinnen und Freunde. Das habe ich euch versprochen. Das habe ich auch gehalten. Und ich sage es auch nach Deutschland und für Deutschland. Wir als CSU, wir wollen keine Grünen in der nächsten Bundesregierung, liebe Freundinnen und Freunde. Kein Schwarz-Grün. Applaus